Sie ist MMA-Kämpferin, Wrestlerin und Schauspielerin, doch sie übt offenbar schon für eine noch sehr viel schwierigere Rolle. Ronda Husei, 31, der Ex-Kind-Dubless-3, möchte unbedingt Mutter werden, und das wohl so schnell, wie nur möglich. Bald, sehr bald, wolle sie ein Kind bekommen, es gäbe aber noch keine entsprechenden Nachrichten zu verkünden, erzählte sie jetzt dem US-Promiportal, TMZ. Zur Kämpferin geboren, mein Weg an die Spitze der Mixed Martial Arts, von Ronda Husei können Sie hier bestellen. Wrestling spielen, oder sich kräftig austoben, dürfte für das geplante Baby kein Problem sein, wenn es etwas älter ist, schließlich ist nicht nur die fitte Mama in Spurkämpferin und Wrestlerin, auch der Papa weiß, wie man die Fäuste schwingt. Seit August 2017, also seit etwas weniger als einem Jahr, ist Rusei mit dem Kampfkünstler Travis Brofne, 35, verheiratet. Für Rusei wäre es das erste Kind, Brofne hat jedoch bereits zwei Söhne, Kajo und Keare, die er mit in die Beziehung gebracht hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017